Hallo und herzlich willkommen zurück zu Savagelands mit mir den Kabin. Wir, bzw. ich möchte meine Rüstung reparieren. Das geht leider nicht, weil ich brauche dazu Kinder. Und dass ich mir einen Hammer bauen kann. Denn ich brauche zum Reparieren einen Hammer. Ich kann es mal zeigen. Den Hammer brauche ich. Sonst kann ich nämlich unseren Helm nicht reparieren. Und ich glaube, ich habe da Rüstung repariert. Und Schädel habe ich da auch hier. Da. Ist er verwirrt? Ich habe drei Schädel hier. Okay, vielleicht muss ich an der Werkbank ran. Ich hoffe, dass da was rüstet ist. So eine kleine Kackpratze da oben. Da hat der uns alle kaputt gemacht. Wir wollten bloß gucken, Alter. Wir haben noch eine Spöse. Titan. So, der Knüppel, der ist repariert. Der ist schon mal schön. Äh. Tünder. Tünder war da drüben. Irgendwann mal will er. Aber wir sind ja die ganze Zeit rumspaziert. Also könnte sein, dass das respawned ist, ne? Das heißt, wir können in jede Richtung, nur nicht in der Richtung da. Tünder, da. Tünder. Tünder. So. Ich habe jetzt den Tünder. Äh. Jetzt, äh. Hammer. Wo stelle ich den her? Ich hatte das eben gehabt. Der Tüte ist, man kann das auch so anklicken, ne? Da. Jetzt fehlt uns ein Stick. Das ist das Einzige. Also, das ist wirklich gut. Das, äh. Wenn du was nicht willst, äh. Klickst du das an und dann wirst du automatisch da. Wird das angezeigt. Oh, Alter. Wir müssen hier Feuer machen, weil ich erfriere. Schön. Ich erfriere nicht, ich verhungere. Äh. Ist aber kein Problem. Ich kann ja eigentlich... Ich habe da noch ein bisschen Fleisch da. Ke. Fleisch. Ich habe bei uns zwei Wölfe platt gemacht. Und Wasser habe ich auch. Gut. Okay. Das Leder, das schmeiße ich jetzt da hin. Wo ist jetzt das Essen? Da. Also, wir müssen unbedingt jagen gehen. Äh. Ich glaube, das ist auch besser, wenn wir uns erstmal einen Bogen oder sowas machen, ne? So. Das ist fertig. Jetzt brauche ich ein Stück Holz. Ein Stück. Ein Stück habe ich. Jetzt müsste ich doch rein theoretisch... Nö. Wahrscheinlich eine Werkbank, ne? Da. Werkbank. Kö. Nö. Aber da stand doch, äh... Nee, das will ich ja nicht bauen. Ich will das hier, äh... Reparieren. Hab ich. Ach, ich brauche die Forge. Also, wir brauchen jetzt doch die Forge. Äh. Gut. Journal. Forge. Vier Stück brauchen wir von diesen Tinder. Also, wir sind immer noch nicht aus dem Schneider. 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 Torch. Das soll ja nicht, was ich will. Ich will hier, äh... You know. Da krieg grad mal einen raus. Das hat uns richtig weit gebracht. Nee, zweer. Also, wir brauchen jetzt noch mal zweer. Äh, denn ist gut. Äh, ich werd mal kurz hier rin gehen. Denn das ist wieder Nacht und ich wissen nicht, wie es jetzt ist. Ich werd mal schnell den Cut setzen. Und wenn Tag ist, sehen wir uns wieder mal. Ja, also, bis gleich. So, und dann bin ich auch wieder. Äh, es ist immer noch Nacht, aber irgendwie ist mir ein bisschen zu langweilig. Also, ich hab jetzt alles bis auf den Helm repariert. Und, äh, nebenbei, äh, wir brauchen noch nicht mehr raus zum Reparieren, weil wir kommen hier an eine Kiste ran. Wir kommen hier auch an den Schmelzofen ran. Und an den Werkbank. Übrigens, wir hatten noch, äh, zweimal Tinder, äh, in der Kiste gehabt. Dadurch hab ich noch eh eine Bahn hingekriegt. Äh, äh, mh, das heißt, wir müssen noch eh mal los. Und uns mindestens noch eh eins besorgen. Jetzt hab ich so überlegt, äh, wir sind ja letztes Mal in Dalak gelaufen. Und wir sind ja bloß zurückgekommen, weil wir in den Kreis gelaufen sind. Ich hab dich doch eben noch plattgemacht. Ich habe keinen Holz. Ich habe keinen Holz. Und ich treff den nicht. Wieso auch immer. Jut, wartet mal. Aber wie gesagt, in der Nacht scheinen die doch ein bisschen mehr aufzutauchen. Ist ja auch, äh, logisch. Jut, jetzt hab ich, äh, Ach, naja, extra jetzt nochmal Feuer rindschmeißen brauchen wir auch nicht, weil wenn wir verschwinden, äh, Äh, werdet rausgeschmissen. So, ich werde das erstmal hier in die Kiste rindschmeißen, alles. Ich glaube, das ist eigentlich, ja, wir kriegen ja bloß so und so viele Fächer, ne? Nö, das ist jetzt weg. Wenn ich jetzt ditte und ditte. Ne, ich muss sie doch drinnen behalten. Hm, jut. Ach, stimmt, wir haben ja auch hier eh ein, zwei Fächer. Ich hasse das, dass du das nicht per schnell drop hier rindschmeißen kannst. Dass das nicht geht, äh, ist ein bisschen blöd. Und dass er das immer dann runterschmeißen sollte, ist genauso blöd. Aber hey. So, ist ja nun mal, ne? Oh, echt jetzt? Äh, ich hasse das. Ich hasse das wie die Pester. Ich weiß nicht, fix. So, ich packe das genau da jetzt. Genau. Ich nehme die Schädel und packe die ganz genau darin. Mit jetzt sind andere Knochen. Kann ich das noch... Ja, das geht noch zu stacken. Äh, hier ist ein Öl war Stack. Warum kann ich denn das hier nicht rufstacken? Äh, geht doch. Ich weiß ja nicht, was der hat. So, das Essen lasse ich auch hier. Könnte ja was passieren. So, äh, ich habe auch, äh, Kloffi sammelt. Dadurch konnte ich mir hier noch Stoff machen und, äh, die Schuhe reparieren. Weil komischerweise für die Schuhe brauchst du einen Sack. Ja, hier so, 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 so ein Sack. Und dann kannst du auch, äh, deine Schuhe reparieren. Obwohl, das macht eigentlich Sinn. Weil, was sind denn Schuhe? Säcke. So, das haben wir auch. Das habe ich jetzt auch. Und du kommst nach oben. So, Water. Steckt nebenher. Wo ist denn das jetzt hin? Ach da. So. Alter, die Kiste, die ist richtig geil, wa? Oh. Ich habe jetzt gedacht, da passt sonst noch was drin. Wow. Äh, gut. Okay. So, Borki. Und das Kloff. Ich hoffe mal, äh, das muss reichen. Ich hoffe, das muss reichen. Ich meine, das wird reichen. So, da. Das ist leer. Du kommst nach oben. Dann ist unser Inventar leer und wir können schön looten. So. Äh, wegen Rüstung. Wir brauchen ja Kloff und, äh, unser, äh, nochmal so eine Kloffrüstung. Was eigentlich blöd ist, weil wir haben ja einen an. Also, wir werden die bloß rausziehen müssen, tun und dann, äh, na geht da. Äh, dann ist es gut. Dann haben wir nämlich unsere Rüstung fertig, aber wir brauchen noch mindestens eh mal Eisen. Also, wir gehen nochmal spazieren. Also, immer hier in der Richtung und nicht ablenken lassen und nicht in den Seelen Richtung. Äh, das ist jetzt unser Ziel. Ob das jetzt so klar ist? Äh, nachts kütet ja noch mehr ab. Und ich geh mit meinen Ehen Schnitzel. Aber wir können ja unterwegs, äh, Holz uns so sammeln und uns ein Feuer extra machen. Das Einzige, was wir brauchen, ist Fleisch. Sag mal. Wenn ich jetzt hier den wegmache, das wäre doch einfach cleverer, wenn wir uns einen Bogen bauen, ne? Ach, dann müssen wir so oder so ein Vieh, äh, platt machen. Ich brauche ja die Sehne. So einen kleinen Bogen bauen. Ja, pass auf, das ist genau der Kreis, wo wir denn zu denen hinkommen, wa? Das muss doch irgendwie möglich sein, da rüber zu kommen. Ey, Batman! Ich kann mir nicht loben, äh, denken, dass man sich hier ein Boot bauen muss, um da rüber zu schwimmen. Oh, Alter, ist der Dusch da. Hab ich, äh, natürlich nicht, weil die Fakke hab ich ausgepackt. Ich hält. Gut. Clever mitgedacht. Naja. Die Hubsauger wir finden wieder zurück. So, da ist nischt. Aber geht mal, äh, da ist doch, jetzt sind wir doch schon wieder in den Kreis gelaufen. Äh, wie ist denn das? Also, wir müssen an denen vorbei. Irgendwann. Aber nicht heute. Und doch nicht morgen. Alter, redet doch mit der Keule besser. Da, zack. Also, äh, trotzdem, man löft hier trotzdem im Kreis. Da ist Nasen-Elch. Aber der müsste doch da, der Drachen, zu sehen sein. war er ja auch. Nur nicht so, wie du dir dacht hast. Gut, wir müssen an denen vorbei. Hey, will er im Kreis. Also, hier kommst du wirklich nicht weiter. Wir müssen wirklich hier lang, wo wir letztes Mal lang gelaufen sind und dann aber nicht, äh, in seine Richtung. Hey, Schnitzel. Ich krieg dich so oder so. Du brauchst ja nie wegrennen. Du brauchst nicht wegrennen. Du gehörst mir. Und es summt. Ich bin auch ne Bergzicke. Da ist er. Er ist schneller. Dit mach ich mit Ausdauer. Äh, nicht mit Ausdauer, mit Hartnäckigkeit. Will er weg. Große Hartnäckigkeit. Ich hab keinen Lust mehr. Gut, äh, der ist da, also ich hier weiter. Kann ja nicht sein, dass hier bloß die E eine Insel ist. Weil die hätten wir ja schnell durch. Das ist ja der Blöd. Ich hab immer gedacht, man kommt hier auch rüber. Pass auf, er hat da wieder die Schnauze voll und kommt wieder rüber. Ich will Tag. Da, da drüben, da muss, das muss doch irgendwie da rüber gehen. Das kann doch nicht sein, dass das hier bloß schon eine kleine Insel ist. Das wär ein bisschen mau. Hm. Du kommst hoch nicht, äh. Kann doch nicht sein, in 20, 30 Jahren, die sie hier das Spiel entwickelt haben, äh, diese kleine Insel, oder wat? Oh, oh, geklappt. Nee, das ist nie original. Du sollst hier nicht auf der Mauer rumlaufen. Das ist die ganze Insel. Mehr gibt das nicht zu erkundigen. Das ist wirklich ein bisschen mau. Oh, da ist ein Trank. Hey. So. Ah, das ist hier ein Tor. Wir brauchen aber die Steine. Ah. Wir brauchen diese Steine, um da rin zu kommen. Ich kann mir vorstellen, dass das immer da drinnen ist und immer, wo wir das erste Mal verbrüht worden sind. Äh, ja. Dann heißt das, wir brauchen eine Rüstung. Ich geh da noch runter. Nee, ich geh da noch runter. Nee, nee. Nee, nee. Muss nicht sein. Nicht schon wieder. Das hatte ich gerade. Das war nicht cool. Nee, nee. geil. Dann heißt das wirklich, wir müssen, äh, kicken, äh, zwei Steine, Thunder, und dann sammeln, was geht. Oder ich versuche, da durchzurennen. Wo? Er ist wieder da! Er ist zurückgekommen. Er hat uns nicht gesehen, oder? Er hat uns doch nicht gesehen! So eine Kackbratze! Und tschüss! Okay, der beschützt da den Eingang. Wo ist er? Ne, jetzt ist er da oben drauf. Okay. Hehe. Äh, okay, dann lassen wir es erstmal sein, bis wir die zwei Steine haben. Boah, Alter! Ist doch gut! Wir sehen uns später! So, das hatte ich doch schon gehabt. Ja, der Portal, ich weiß doch, wir brauchen zwei Steine, die immer da drin sind und immer da drin sind. AS baby to Sackebratze AAA Bang, dd D 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 T00 D 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 H Mac! Hey, was hängst denn du hier so rum! Und Mich chill ein bissel! So, warte mal. Wir müssen jetzt ja irgendwie zurückkommen. Das ist jetzt ein bisschen blöd, dass wir da diese Tinder bloß eben halt so stückmäßig finden. Weil ich hab bis jetzt bloß die Ene Quelle gefunden. Das ist jetzt ein bisschen blöd. Ich werd mal kicken, dass wir uns die Rüstung zusammenschnorren und dann gehen wir in den ersten Dungeon rin, äh, kicken, ob wir da den Stein finden. Ich hoffe mal. Den ersten und den zweiten werden wir wahrscheinlich da irgendwo finden. Äh, ja. Es wird lustig. Hoff ich. Wenn nicht, dann wird der ja nicht. So, warte mal. Wir werden mal kicken, ob der Tinder schon nachgewachsen ist. Ich habe keine Auslaufen. Und wir sollten hier noch Fleisch sammeln, ne? Äh, so. Wir müssen unbedingt einen Bogen machen. Okay. Hupf. Ah, es ist nachgewachsen. Also, ich muss mir auf meinen Zettel schreiben, äh, Tinder-Farm und, äh, Dungeon. Weil, ich werd jetzt nämlich ne kleine Pause machen. Die hab ich mir verdient. Ich wurde ja schon eben angebrutzelt. Das reicht für heute. Hupf. So, dass ich wenigstens, äh, schnell die Rüstung fertig mache. Und dann ist Feierabend. Kohle. Komm ich jetzt auch von hier in? Ich komm auch hier von hier in an die Kiste ran, wa? Oder? Nee, komm ich nicht. Ich muss rin. Ich muss da rin. Das hilft alles nisch. So, Kohle. Äh, nee. Kohle komplett. Kohle. Tinder. Ich folg dir auf Tinder. So. Äh, schmelzen. Jetzt haben wir vier. Jetzt müsste ich das da bauen können. K. Nee, äh, dafür brauchte ich ja die Schmelze. Stimmt ja, da war ja was. Warte mal kurz. Genau. Ach nee, ich brauch ja die Rüstung. Und dazu brauch ich dette. Und dazu brauch ich die Forge. Also wir müssen jetzt ja erstmal die Forge herstellen. Äh, jod. Journal. Forge. Ich kann sie ja schon mal hinstellen. Und wir können sie ja bauen, weil wir haben ja viermal Tinder. Äh, ich hab die ja gesammelt. Aber, naja. Alle. Alter, wie ist denn die jetzt richtig rum? Da ist die Öffnung. Gut. Die setzen wir noch ran. Warte mal, das muss ich anders machen. Das geht nicht. Ich muss mir das vorstellen, sonst sieht das nicht. Journal. Forge. So. Das ist doch gerade, oder? Ich versuche mir hier nach dem Haus zu richten, aber das ist ein bisschen schwierig. Da. So. Alter, das ist... Das ist kompliziert. So. Kohle ist auch drin. Stein brauchen wir noch. Und Holz. Das wäre... Hups, hups, hups. Das machen wir noch schnell fertig. Das will ich jetzt noch fertig haben und dann ist sie gut. Dann reicht das für heute. Dann reicht das wirklich für heute. Töbam. Ich sag mal so, das Spiel macht ja Spaß, aber das hat noch viele Macken. Also, ich hätte eigentlich gedacht, dass es ein bisschen weiter ist. Ein bisschen vom Stand. Aber halt nicht. Es geht. Es geht. Gibt mal. Der Baum, der zittert vor Angst. Oh, Alter. Als er zum Glück gibt, gibt es keinen Schaden. So. Schnauze. Oh, oh. Ich hab nichts gesagt. Schweinehaft. So, Holz ist O fertig. Jetzt brauchen wir... Was wollt ihr denn eigentlich hier? Da wird ja immer mehr. Der hat's wie immer zu, ja, und die Kröte. Ich sollte nicht so forsch sein. Der geht immer nach hinten los. Ihr habt's eben gesehen, ne? Und außerdem, hier, Helmfass kaputt. So, der andere ist da. Dich nehmen wir trotzdem mit. Na, komm. So, jetzt brauchen wir noch Stein. Stein. Stein ist, äh, Mangelware. Oh, ich hab hier noch Holz. Stein fällt aus, wegen es, ne, 15 Stück. Dit ist ne Hausnummer. Sag mal, hier war doch noch was verfahren, dit er. Knö. Ne. Okay, Feuerstein. Hm, da brauchen wir jetzt nicht. Unsere Lebensenergie erholt sich aber nicht. Dit ist ein bisschen blöd. Du bist kaputt. Also, wir brauchen echt ne Bandage oder eben Teilsbleib. Naja. Pass auf, wenn der nirg mal da drin, dann ist da überhaupt nichts drin. Und dit werde natürlich, äh, bitter. Essen. Essen. Eine Beere. Und daraus können wir unseren Trank bauen. So, wie viele ich müsste doch fast reichen. Et reicht so, ja. Wir haben eine Forge. Du dey, du dey. Und wir können uns in der nächsten Runde, äh, wenn ich alles habe, ne Rüstung bauen. Und dazu brauche ich, äh, wo ist denn die? Ich hab die doch noch eben gehabt. Die ist weg. Da ist ditte. Ah, da ist er doch. Ich brauche ditte. Ich brauche ditte. Oh. Oh. Tinder. Ich glaube, das ist das erste, was wir machen. Aber das machen wir erst in der nächsten Folie. Also, ich versuche die jeweils. Also, ich hoffe, dass ich mich bis dahin noch erinnern kann. Ich glaube, ich hab jetzt sechs Folien aufgenommen. Fünf oder sechs Folien. Also, ja, okay, es macht Spaß, aber eben halt, äh, da ist noch Luft nah oben. Wie ihr seht, die Texturen, die tanzen hier, äh, gut, okay. Aber ist ja, ich hoffe, dass euch ein bisschen Spaß gemacht und wir sehen uns dann quasi das nächste Mal, will er? Also, für mich ist das jetzt eine Woche her, denn, äh, und für euch wird dann morgen sein. Also, bis dann, bye, bye. 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 Bye, bye, bye. Bye, bye.